Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Jonas R Kanal. Heute ist es Zeit für den letzten Part des Raspberry Pi Earn Projekts. Dem Projekt, wo sich alles darum dreht, sich ein kleines passives Einkommen mit einem Raspberry Pi aufzubauen. Und wir wollen natürlich auch die Leute abholen, die durch dieses Video vielleicht zum ersten Mal auf meinen Kanal stoßen und deswegen jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung, worum es in dem Projekt eigentlich ging. Kurz gesagt, man nimmt einfach einen Raspberry Pi, das ist ein kleiner Minicomputer, den ich sicher hier auch nochmal einblenden werde und auf dem installiert man dann unterschiedliche Programme, die einen dafür bezahlen, dass man sein Internet für Firmen zu Testzwecken zur Verfügung stellt. Für dieses Projekt hatte ich mich für drei Programme, und zwar Honeygain, EarnApp und Peer2Profit entschieden, die alle auf meinem Raspberry Pi installiert und die verdienen jetzt bereits seit einigen Tagen komplett passiv für mich Geld. In diesem Video soll es nun aber nicht nochmal darum gehen, wie genau die Programme funktionieren und wie man die installiert. Also falls dich das interessiert, schau gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei, da werde ich dir auf jeden Fall zu jedem der drei Programme, sowohl das Programm selbst, als auch ein Erklärungs- und ein Installationsvideo verlinken. Heute soll es nun aber darum gehen, was ich denn nun tatsächlich mit meinem Raspberry Pi verdient habe. Wir werden also gemeinsam ausrechnen, was mir die einzelnen Programme bisher eingebracht haben und natürlich auch, was das pro Monat oder sogar pro Jahr bedeuten würde. Außerdem werde ich auch nochmal darauf eingehen, wie es mit den Stromkosten aussieht und wie lange es auch dauern würde, um zum Beispiel einen kompletten neuen Raspberry Pi nur mit diesen drei Programmen völlig abzubezahlen. Zusätzlich dazu habe ich mir nochmal fünf Fragen, die ihr unter den letzten Videos oder auch auf TikTok besonders häufig gestellt habt, rausgepickt. Und die werde ich auch nochmal beantworten. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt auch direkt mal an. Und die erste Frage lautet, gibt es eigentlich Unterschiede je nach Gerät oder verdient man mit jedem Gerät und egal von wo immer genau dasselbe? Und da gibt es von mir ein ganz klares Nein als Antwort. Denn man verdient auf jeden Fall je nach Gerät unterschiedlich viel und das ist auch relativ selbsterklärend, denn die Firmen, denen ihr euer Internet zur Verfügung stellt, brauchen ja auch immer mal bestimmte Geräte nur für ihre Tests und dementsprechend kann es durchaus sein, dass sie zum Beispiel an einem iPhone deutlich mehr verdienen als an einem Pi oder vielleicht auch umgekehrt. Ich persönlich habe das Ganze bisher aber nur auf dem Pi oder auf einem Mac getestet und hier waren die Einnahmen meiner Meinung nach nicht allzu unterschiedlich. Falls ihr euch aber nochmal nur für die Einnahmen von meinem Mac interessieren solltet, dann checkt gerne mal in der Videobeschreibung die Videos zu Honeygehen und Urnab ab. Die habe ich nämlich seinerzeit noch auf dem Mac gemacht. Die nächste Frage, die ebenfalls ziemlich häufig kam, war, kann man eigentlich mehrere Pies gleichzeitig von zu Hause betreiben und somit seine Einnahmen nochmal deutlich erhöhen? Und das funktioniert, soweit ich weiß, leider nicht so einfach. Denn einerseits ist eines der drei Programme Honeygehen und das funktioniert einfach nur mit einem Gerät pro IP-Adresse und selbst bei Urnab und Peer-to-Profit gibt es, soweit ich weiß, irgendwo ein Limit bei zwei, drei, vier Geräten und mehr kann man denn pro IP-Adresse leider nicht verwenden. Mit anderen Worten, du bräuchtest also mehrere IP-Adressen und das führt uns auch direkt zu Frage 3 und zwar geht das Ganze auch mit einem VPN. Und da muss ich sagen, ich habe das Ganze selbst noch nie getestet, ich habe aber auf den Seiten und den Foren gelesen, dass die Programme das teilweise unterbinden. Was aber auf jeden Fall funktionieren soll, ist es, sich irgendwo online einen virtuellen Server oder einen virtuellen Rechner zu mieten und das Ganze darauf zu betreiben. Da soll es auf jeden Fall Anbieter geben, die das Ganze erlauben und das scheint auch für die drei Programme überhaupt kein Problem zu sein. Und ja, jetzt denken sich natürlich einige von euch, es wird sich doch niemals lohnen, dafür extra einen virtuellen Server zu mieten. Doch das kann sich tatsächlich lohnen, aber dazu mache ich in Zukunft vielleicht auch nochmal ein extra Video. Nun kommen wir aber nochmal ganz kurz zu Frage 4 und 5 und Frage 4 war hierbei, lohnt es sich eigentlich, sich besseres Internet zu besorgen, nur um dann mehr Einnahmen mit den Programmen zu generieren? Und da gibt es auch wieder ein ganz, ganz klares Nein. Ich habe das Ganze nämlich mal durchgerechnet und zumindest wenn ihr nur einen Pi betreibt, verbrauchen die Programme nie mehr als 10% eurer Internetkapazität. Und wenn man dann mal beobachtet, was sie denn so durchschnittlich pro Tag an Megabytes oder Gigabytes verbraucht haben, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass wenn dieses Volumen maximal 10% deiner Internetleistung ausmachen kann, es trotzdem vollkommen ausreichen würde, eine 2K Internetleitung zu besitzen. Also wenn du eine 8, 16, 50 oder gar 100K Leitung hast, dann reicht es auf jeden Fall. Und es würde wirklich gar keinen Sinn machen, nur deswegen sein Internet abzugraden. Und nun zum Schluss nochmal zur fünften Frage, die gar nicht mal unbedingt eine Frage, sondern eher eine Aussage ist, denn einige Leute meinten, sie hätten Probleme dabei gehabt, eines der Programme anscheinend vor allem EarnApp wieder zu löschen oder euch wurde das Ganze als Virus angezeigt. Und da muss ich sagen, ich persönlich habe nie irgendeine der Erfahrungen gemacht, muss aber auch dazu sagen, dass ich es einerseits für relativ normal halte, dass wenn man Programme von irgendwelchen Webseiten runterlädt, dass sie dann auch mal als Virus erkannt werden. Allein schon als Schutzmechanismus, also mir ist das schon häufiger passiert, dass vor allem auch auf Mobilgeräten einfach Apps von Webseiten als Virus oder ähnliches erkannt wurden und irgendwelche Warnungen ausgespuckt wurden. Und was den Teil mit dem Löschen angeht, ist das auch relativ normal. Da kann ich euch nur Programme wie AppCleaner empfehlen, denn wenn ihr ein Programm löscht, passiert es eigentlich nahezu immer, dass irgendwelche Relikte, Dateien oder Speicherstände von den Programmen trotzdem noch auf eurem Rechner übrig bleiben. Und mit Programmen wie zum Beispiel AppCleaner, und das ist auch kein bezahltes Placement oder so, könnt ihr einfach sicher gehen, dass tatsächlich alles von dem Programm, auch irgendwelche Relikte tatsächlich vollends gelöscht werden und dann solltet ihr damit eigentlich keine Probleme mehr haben. Nun würde ich aber sagen, kommen wir auch mal zu dem Teil, weswegen wahrscheinlich die meisten von euch hier sind, und zwar meinen Einnahmen. Und dafür würde ich sagen, wechseln wir einmal rüber zu einer kleinen Tabelle, die ich extra hierfür zum Berechnen eingerichtet habe. Und so sieht das Ganze aus. Ich habe das hier schon mal vorbereitet, sodass wir nur noch die einzelnen Werte hier eintragen müssen und dann schauen wir mal, bei wie viel Einnahmen wir denn tatsächlich am Ende bei rauskommen. Ich habe natürlich auch schon getestet, ob die einzelnen Berechnungen überhaupt funktionieren. Was die tatsächlichen Einnahmen geht, bin ich aber ebenfalls sehr gespannt, denn die habe ich selbst auch noch nicht berechnet. Doch nun fangen wir auch mal mit dem allerersten Programm an, und zwar Peer-to-Profit. Und da habe ich in diesen 11,66 Tagen, also 11 und ein Zweidritteltag, insgesamt 66 Cent verdient. Und das bedeutet, nur mit Peer-to-Profit sind etwa 6 Cent am Tag rumgekommen, das wären 1,72 Euro im Monat und 20,63 Euro pro Jahr. Etwas lukrativer war hier wiederum EarnApp, denn mit EarnApp sind tatsächlich bereits 84 Cent ebenfalls in 11, zweidritteltagen bei rumgekommen. Mit anderen Worten, 7 Cent pro Tag oder auch 2,19 Euro pro Monat, pro Jahr wären wir denn hier dann sogar schon bei über 26 Euro. Hier übrigens auch noch mal ein kurzer Hinweis, denn einige hatten mich angeschrieben, dass ihre EarnApp-Einnahmen nach kurzer Zeit deutlich nach unten gegangen sind. Und ich weiß tatsächlich nicht, was da bei euch los ist. Bei mir ist die Performance tatsächlich sogar auffallend stabil. Ich blende euch hier auch noch mal einen Screenshot ein. Und ich habe jeden Tag ein Volumen von etwa 250 bis 350 MB. Meistens sind es aber ziemlich exakt genau 300 MB. Und nun kommen wir natürlich noch zum dritten und letzten Programm, und zwar zu Honeygain. Und Honeygain war tatsächlich auch mit Abstand das lukrativste von den dreien. Und das sogar, obwohl ich hier einen Tag länger gebraucht habe, um das Ganze zu installieren. Und mit Honeygain habe ich also in 10, zweidritteltagen sogar 1,41 Euro verdienen können. Und das bedeutet also, nur mit Honeygain sind jeden Tag 13 Cent zusammengekommen. Also so viel wie mit den anderen beiden zusammen. Und das wären 4,02 Euro pro Monat oder schon fast 50 Euro pro Jahr. Aber nun fehlen natürlich noch die Stromkosten. Aber bevor wir zu denen und den Gesamteinnahmen kommen, hier noch mal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Falls dir nämlich Videos wie dieses hier gefallen sollten und du in Zukunft gerne mehr zum Thema Geld verdienen mit Raspberry Pi oder auch passives Einkommen im Allgemeinen erfahren möchtest, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du vielleicht ein Like und ein Abo dalassen würdest. Das hilft mir nämlich wirklich ungemein, ist für dich dabei völlig kostenlos und du verpasst dann in Zukunft keine neuen Videos mehr. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal an alle aktuellen Abonnenten. Und ich würde sagen, wir kommen nun mal zu den Stromkosten. Und auch hier ist die Berechnung tatsächlich ziemlich einfach. Denn meinen Raspberry Pi betreibe ich aktuell tatsächlich nur mit irgendeinem USB-C-Kabel und einem Ladestecker, der ursprünglich mal von einem Samsung Galaxy S4 oder so abstammt. Mit anderen Worten, der verbraucht aktuell gerade mal 5 Watt. Und das, obwohl ich darauf aktuell die drei Programme laufen lasse, den per Remote Desktop betreibe und sogar noch einen kleinen Lüfter angeschlossen habe. Und auch als ich den am Anfang bei der Einrichtung noch mit Bildschirm, Maus und Tastatur betrieben habe, hat das keine Probleme gemacht. Mit anderen Worten, 5 Watt reichen hier anscheinend tatsächlich völlig aus. Und nun kommt es natürlich darauf an, wie viel ihr bei euch zu Hause für Strom bezahlt. Ich bezahle aktuell ungefähr 30 Cent. Mit anderen Worten, täglich werden etwa 4 Cent an Strom verbraucht und pro Monat also 1,10 Euro. Solltet ihr natürlich noch einen alten Vertrag haben, wo ihr zum Beispiel nur 25 Cent bezahlt, dann wäre es auch unter einem Euro. Und solltet ihr einen ganz neuen Vertrag haben, wo es dann vielleicht schon 40 Cent kostet, wärt ihr etwa bei 1,50 Euro. Ich kann jetzt aber natürlich nur meine Stromkosten als Beispiel nehmen und deswegen bleiben wir mal bei den 30 Cent. Und nun kommen wir dann mal zu dem Moment, auf den ihr wahrscheinlich alle gewartet habt, und zwar die tatsächlichen Gesamteinnahmen abzüglich der Stromkosten. Und die sehen folgendermaßen aus. Und zwar verdiene ich aktuell mit dem Raspberry Pi 22 Cent pro Tag. Und das bedeutet, pro Monat kommen etwa 7 Euro bei rum und pro Jahr wären das also 82 Euro. Und das bedeutet also, wenn du bereits jetzt ein Raspberry Pi besitzen solltest, lohnt sich das Ganze auf jeden Fall. Und auch wenn du zum Beispiel dein Smart Home mit einem Raspberry Pi betreibst, kann sich das Ganze ebenfalls lohnen, um mindestens die Stromkosten zu decken und zusätzlich noch ein paar Euro jeden Monat dazu zu verdienen. Und dann gibt es natürlich mittlerweile auch viele Leute, die zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach haben, also gar nichts für ihren Strom bezahlen. Und falls das der Fall ist, dann verdient ihr statt knapp 7 Euro sogar 8 Euro im Monat und würdet somit schon auf fast 100 Euro pro Jahr kommen. Doch nun wollen wir uns natürlich auch nochmal anschauen, wie es den Leuten geht, die Strom bezahlen müssen und die sich jetzt vielleicht überlegen, nur um damit Geld zu verdienen, einen Raspberry Pi zu kaufen. Und da kommt es natürlich darauf an, wie viel man für einen Raspberry Pi bezahlt. Tatsächlich hat aber gerade erst vor ein paar Tagen jemand einen Link auf unseren Community Discord Server geschickt und dort auch einen Pi gekauft und gerade mal 80 Euro dafür bezahlt. Und wenn wir also hier einmal mit 80 Euro rechnen würden, dann bedeutet das, dass ihr in knapp einem Jahr das Ding völlig abbezahlt hättet. Und selbst wenn ihr so wie ich damals noch 120 Euro für ein Pi plus Zubehör zahlen würdet, würde es etwa anderthalb Jahre dauern. Und das erscheint jetzt einigen vielleicht etwas viel, aber selbst wenn ihr euch einen Bitcoin-Miner kaufen würdet, würdet ihr mindestens genauso lange brauchen, um den tatsächlich abbezahlt zu haben. Außer natürlich der Kurs würde jetzt nochmal schlagartig komplett explodieren. Und nun habe ich für euch nochmal einen kleinen Bonus, mit dem man ebenfalls nochmal etwas mehr Geld verdienen kann. Und zwar gibt es bei Honeygehen täglich noch eine kleine Lotterie. Und bei der könnt ihr, wie gesagt, jeden Tag teilnehmen und zwischen einem Cent und einem Euro noch zusätzlich verdienen. Und würdet ihr tatsächlich die Disziplin haben, jeden Tag dort vorbeizuschauen und würdet ihr jeden Tag auch nur einen Cent gewinnen, dann würdet ihr in den 10 Tagen also nochmal 10 Cent mehr haben. Und das bedeutet, ihr hättet pro Monat schon mal 30 Cent mehr. Und wie gesagt, das geht jetzt davon aus, dass ihr jedes Mal wirklich nur diesen einen Cent verdient und ihr werdet mit der Zeit auf jeden Fall auch immer mal höhere Gewinne mit dabei haben. Zusammengefasst lässt sich also sagen, man kann sich hiermit auf jeden Fall ein kleines passives Einkommen aufbauen und man verdient auf jeden Fall auch mehr, als man an Stromverbrauch hat. Außerdem gibt es natürlich auch die Möglichkeit, an mehreren Orten Pies zu platzieren. In der Community hat zum Beispiel auch jemand vier Raspberry Pis und damit würde man dann immerhin schon mal über 20 Euro pro Monat verdienen. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch mehr Programme, mit denen man ebenfalls auf einem Raspberry Pi Geld verdienen kann, wie zum Beispiel auch E-Besucher. Das habe ich nämlich auch bereits fest eingeplant, den nächsten nochmal zu testen und dazu wird dann natürlich auch nochmal ein Einnahmenvideo sowie ein Einrichtungstutorial kommen. Also lasst gerne schon mal ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ansonsten packe ich euch aber auch nochmal einen Link in die Videobeschreibung, denn zu E-Besucher habe ich tatsächlich auch in der Vergangenheit bereits ein Video hochgeladen. Das soll es nun aber auch erstmal für heute gewesen sein. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Raspberry Pi Earn-Projekt in die Kommentare. Kennt ihr vielleicht sogar noch mehr Programme zum Geld verdienen? Denn ebenfalls immer her damit. Oder schaut auch gerne mal auf unserem Community Discord Server vorbei. Da findet ihr auch Hilfe zum Raspberry Pi oder nochmal eine Zusammenfassung zu dem ganzen Projekt. Danke an alle, die bis hierher zugeschaut haben. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst liebend gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.